Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute haben wir den 3. Dezember und wir machen jetzt wieder ein Türchen auf. Ich nehme diesmal gleich ein Messer, weil gestern ging es ja so beschissen. Ich weiß nicht warum das so ist. So, und da haben wir nochmal 3. Jetzt werden wir mal schütteln. Und das Orange, das sagt uns, dass irgendeine Weihnachtspartyfigur da drin sein muss. Und es ist richtig... Es ist der Weihnachtsbaum dort hinten. So, das wollen wir eben mal zusammenbauen. So sieht er aus. Die Kurde, die kommt ja hier zwischen. Ups. Na komm her. So. So. So sieht das gute Stück aus. Ich hoffe euch hat das Video mal wieder gefallen. Und ich sage Tschüss bis morgen. Ah, das geht schon mal siempre. Let's go. So. 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 Vielen Dank.